Im dynamischen Skisport kommen wir nicht drum herum, Holster zu verwenden. Dabei spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob das jetzt im BDS, BDMP oder in der DSU ist. Überall dort, wo dynamisch geschossen wird, sind Holster zwingend erforderlich. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Wir haben beim dynamischen Bereich, wenn wir uns von Station zu Station bewegen, ungeachtet dessen, ob es dynamisch statisch ist, wie jetzt bei uns im BDMP, dass wir also eine bestimmte Entfernung haben, schießen eine Serie, gehen dann zur nächsten Entfernung oder ob wir eine voll dynamische skisportliche Disziplin haben, wie IPSC und Co. Dort haben wir schlicht und ergreifend keine Ablagemöglichkeit der geöffneten Waffe. Damit ergibt sich die Erfordernis, dass wir die Waffen bei Nichtnutzung in einem Holster bei uns haben. Wenn man nun über das Thema Holster spricht, wenn man darüber nachdenkt, dann kommt bei den meisten so ein leicht feuchter Traum raus. Und wir müssen hier immer ein bisschen unterscheiden, welcher Verwendungszweck liegt denn vor. Sind wir im taktisch-defensiven Bereich unterwegs mit den Holstern? Nein, sind wir nicht. Wir sind im Schießsport unterwegs. Und damit sind die Anforderungen an Holster andere, als wenn wir jetzt im Bereich des Defensivschießens unterwegs sind, der Verteidigung, wo ich die Waffe zum Selbstschutz dabei habe, wo ich die Waffe gegebenenfalls gegen Fremdentnahme sichern muss. Das haben wir im Skisport de facto nicht und ist auch nicht erforderlich, birgt sogar hier und da Gefahren der Verletzung. Dazu gibt es mehr als genug Videos auf YouTube aus den USA. Also, ich möchte euch hier einfach nur nach Möglichkeit herstellerunabhängig einfach nur mal die verschiedenen Optionen für sogenannte OWB-Holster, also Outside Waistband, außerhalb des Gürtels, Holster zeigen. Hier gibt es jetzt viele, viele unterschiedliche Optionen. Ich persönlich, und das ist jetzt meine Meinung, meine Philosophie, halte gar nichts davon, im Skisport mit Holstern zu agieren, die eine zusätzliche mechanische Sicherung haben. Es sei denn, es gibt kein anderes oder ich habe kein anderes für die jeweilige spezielle Waffe. Nun ist es so, wir müssen auch den Stil des Holsters berücksichtigen. Wir müssen berücksichtigen, ist dieses Holster für die jeweilige skisportliche Disziplin zulässig. Dort kann es Reglementierung geben. Wir haben jetzt zum Beispiel hier primär gerne im IPSC-Bereich verwendet, diese sogenannten Race-Holster. Race-Holster sind in Anführungsstrichen minimalistische Holster, wo lediglich der Abzugsbügel im Normalfall verdeckt wird. Dort ist eine Sicherungszunge mit drin, die die Waffe über den Abzugsbügel an Ort und Stelle hält. Und wir haben dann im rückwärtigen Raum einen Hebel zur Lösung dieser Sicherung. Das heißt, so kann ich die Waffe nicht ziehen. Wenn dieser Hebel unten ist, entriegele ich die Waffe, kann ich die Waffe nahezu ohne Ziehwiderstand ziehen. Aber die Waffe ist trotzdem gesichert vor Herausfallen. Zumindest in diese Richtung. Nach oben kann sie natürlich rausfallen. Wenn ich mich also ein bisschen unglücklich bücke, alle schon erlebt, kann es passieren, dass die Waffe hier in dem Moment rausfällt. Diese hier sind nicht in allen skisportlichen Disziplinen zulässig. Auch muss man hier bei zum Beispiel IPSC diese, ich glaube, 2 Zoll-Regel beachten, was den Abstand zwischen Hüfte und Griff betrifft etc. Das sind sogenannte Speed-Schräger-Race-Holster. Dann gibt es dienstliche Holster. Dienstliche Holster gibt es in unterschiedlichen Varianten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel für die P10-Serie, hier von IDS aus Israel, ein Schnellziehholster ohne interne Sicherung. Die einzige Sicherung, die wir hier haben, ist durch diese Schraube zum Einstellen des Ziehwiderstandes. Das ist sinnvoll. Auch im sportlichen Bereich, um einfach nur zu verhindern, dass die Waffe rausfallen kann. Hier ist es so, ich habe keine Mechanik, keinen zusätzlichen Druckstopp. Ich kann die Waffe einfach schnell und effizient ziehen. Dieses Holster ist gebaut, um quasi von der P10C über die P10F und die P10SC und ich denke mal auch die kleineren Varianten von der P10, also die S und die M, aufzunehmen. Ist ein relativ kostengünstiges Holster, funktioniert aber super. Ich benutze das ganz gern für Situationen, wo ich jetzt keinen Rig dafür habe. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Holster ohne interne Sicherung. Das identische Holster hier für meine P07, ein schräger P07 Kadett, ist das identische Holster wie das für die P10 von IDS, nur dass ich jetzt hier eine Sicherung habe. Das heißt, die Waffe wird hier drin gesichert. Erst wenn ich diesen Knopf reindrücke, wird die Waffe im Holster entriegelt und ich kann sie ziehen. Und damit habe ich eine gewisse Sicherung vor Fremdentnahme, ist sportlich nicht wirklich optimal, wenn es darum geht, schnell ziehen zu müssen. Ich bin, wie gesagt, kein Freund von solchen Lösungen. Ich habe dieses Holster aber, weil es mir halt von dem Hersteller zur Verfügung gestellt wurde. Eine weitere Variante wäre jetzt zum Beispiel hier, das hier ist jetzt tatsächlich auch eine dienstliche Variante, die man sportlich nutzen könnte, das Paladin von Höppner & Schumann. Hier habe ich eine Verriegelung mit einem Sicherungsbügel über dem Rückteil der Waffe, also über dem Schlitten. Das heißt, ich kann die Waffe so nicht ziehen. Erst wenn ich diesen Bügel entriegele, dass er nach vorne geht, kann die Waffe gezogen werden. Basis dieses Holsters ist das Speedsec 4, beziehungsweise das Standardholster, also Speedsec 4, ohne Cut für Red Dots, wird, soweit ich weiß, auch dienstlich tatsächlich genutzt von diversen Polizeibehörden. Vorteil bei dieser Variante ist, ich kann die Waffe bei Nichtnutzung entsprechend verriegeln. Wenn ich das Holster aber nutze, ich bin auf der Range, kann ich den Bügel einfach unten lassen und ich habe ganz normal ein offenes Holster. Zusätzlich kann natürlich hier auch der Ziehwiderstand eingestellt werden. Dann haben wir hier zum Beispiel das Mantis-Holster. Das ist jetzt ein Paradebeispiel eines sogenannten Pancake-Holster, also Pfannkuchen-Holster. Pancake deswegen, weil es sehr eng anliegend ist. Das ist auch ein Holster, was eigentlich in der Form primär für den Bereich des CCW, also Concealed Carry, verwendet wird, weil es sehr eng anliegend ist. Es ist relativ hoch anliegend, dass es eben nicht so stark aufträgt. Ich habe oben keine Sicherung, das heißt, die Waffe kann direkt gezogen werden. Dieses Holster ist primär eigentlich dafür gedacht, für die Waffe, zur Aufnahme der Waffe mit montiertem Mantis X. Und ich kann hier über diese Schraube auch entsprechend den Ziehwiderstand einstellen. Eine sehr minimalistische Lösung, allerdings nur für die Glock erhältlich, aber dafür für die nahezu komplette Bandbreite von Glock, ist auch wieder von IDS, Schräger von Orpatz, israelisch, dieses Holster. Das ist ein Ambidextrous-Holster, also kann beidseitig verwendet werden, links wie rechts. Ich kann es einfach nur umbauen. Ich kann hier einen Clip für IWB verwenden, ich kann hier eine Gürtelschlaufe, ein Paddle, wie auch immer, anbringen. Für OWB ist also sehr flexibel und ich sage mal, als Notlösung, wenn man vergessen hat, ein Holster einzupacken, Holster geht kaputt, das passiert auch mal, dann hat man zumindest mal für eine Pistole eine Notlösung dabei. Als dauerhafte Sportholster weniger geeignet. So, jetzt kommen wir mal zu der nächsten Kategorie der Sportholster. Jetzt sind wir hier bei dem eigentlichen OWB-Holster im sportlichen Bereich, wie wir sie zum Beispiel hier an unseren Koppelnetzen, wenn es dann tragen. Wir sind jetzt hier beim Höppner & Schumann Speedsec 4 für die Glock mit einem DOH2-Hänger. Das heißt, die Waffe hängt tiefer mit einem Offset, ein bisschen weg vom Körper, damit ich freien Griff habe. Ich brauche dieses Enganliegende im sportlichen Bereich nicht wirklich. Man möchte eigentlich die Waffe schnell ziehen, das heißt, ich brauche einen freien Weg an den Griff der Waffe. Ist eine sehr schöne Lösung, wie ich finde, benutze ich sehr, sehr häufig. Wir hätten dann hier ein Custom-Kidex-Holster von Gear Maniacs, was ich euch ja bereits vorgestellt habe, mit einem Midrider. Ist ebenfalls wie das Speedsec 4 ein Open Top. wird durch die Sicherungsschrauben hier unten, durch die Arretierungsschrauben entsprechend festgelegt im Ziehwiderstand und hat ein sehr gutes Handling. Das ist eigentlich das, was wir beim Skisport in Bezug auf Holster benötigen. Wir brauchen kein Schickimicki. Wir brauchen keine Sicherung. Wir brauchen vor allem kein Taktikool. Wir brauchen ein Holster, mit dem wir die Waffe sicher führen können, wobei es ja auf dem befriedeten Besitztum so in der Form nicht gibt. Das heißt, wir brauchen eine vernünftige, effiziente Möglichkeit, die Waffe am Körper bei uns zu haben, während wir auf der Bahn sind und unserer Disziplin nachgehen. Nicht mehr und nicht weniger. Militärisch, taktisch ist in der Form eigentlich nicht erforderlich und je nach Verband teilweise auch nicht zulässig. Diese ganzen Produkte, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, egal ob das jetzt Höppner und Schumann ist, ob das IDS ist, ob das das Mantis ist, es gibt noch unzählige mehr wie Phobos und, 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 und. Nehmt euch das, was euch am besten zusagt, was für eure Waffe verfügbar ist, zum Beispiel für die CZ-P10 gibt es nicht ganz so viele. Höppner und Schumann hat das Speedseq 4 zum Beispiel für die P10F rausgebracht. Gear Maniacs hat ebenfalls eins für die P10F mit im Portfolio. Wir haben die IDS-Holster. Es gibt auch weitere Kurzwaffen, für die es nicht wirklich so viele Holster gibt. Und da müsst ihr tatsächlich suchen, selbstständig suchen. Und ich kann euch nicht sagen, welche Waffe von welchem Hersteller mit einem Holster versorgt werden kann. Denn ich habe nicht alle Waffen hier, wie ihr euch vorstellen könnt. So, das war ein ganz kurzer Rundown der OWB Holsterkunde. Ja, das war ein ganz kurzer Rundown. Vielen Dank.